Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Ratchet & Clank, Tools of Destruction mit mir, dem LeveHard 2. Wir gehen heute auf die Jagd nach dem Boss, der uns, naja, sagen wir einfach, der die letzten paar Parts, so, den, halt einfach im Rücken war. Äh, ich nehme jetzt hier erstmal die. Zuerst müssen wir ja sowieso hier wieder Grind Boot Abenteuer machen. Das ist ein bisschen mühsam, ganz ehrlich. Was ich hier zuerst mit den Grind Boots die ganze Zeit durchfahren muss. Und dann der, und der Boss ist noch ziemlich tanky, also. Diese blöden Raketen, die sich einfach mal zufällig dafür entscheiden können, mich zu treffen. Ja, halt so lange geht's ja doch nicht, als wir dort sind. Aber es ist halt mühsam, wenn man's immer wieder machen muss. Gut, zuerst so. Und so. Zu früh, ne, geht. Nochmal schief gegangen. Oh, bitte keine random Raketen mehr, die mir einfach hinterm fahren. Anscheinend nicht. Okay. Gut. Versuchen. Ja, das bringt hier nichts zu... Shit, die Druckwelle. Ich hab die Druckwelle vergessen. Ah. 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 Dazu. Ah, wir halten uns ziemlich gut. Nein, ich war noch drauf. Äh. Und nächste Waffe, die gut ist. Ja. Nicht so gut. Ähm. Warte mal. Ziele gar nicht. So, jetzt haben wir Zeit, um zu schauen, was wir benutzen wollen. Machen wir das mit dem hier. Macht einfach keinen Schaden. Was ist denn nicht mit dem hier? Äh. Ich bin nah genug, komme ich ran damit. Gut zu wissen. Warten wir noch, bis die Raketen hochgegangen sind. So, ich bin noch ein bisschen zu unversichtig. So. 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 Dieser Kerrschuh muss das Gerät bewacht haben. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, man ist uns gefolgt. Hab ich dich, kleiner Halunke. Ja. Du hast da etwas, das mir gehört. Sei schön brav. Und gib es mir. Warum holst du es dir nicht, du altes Rumpfass? Du neidest doch einem alten Piraten, nicht seine Beute, oder? Dann könnte es dem alten Piet hier nämlich in der Klinge zucken. Da gerade ist seine Kralle zweigeteilt. Sie hat Slacks Route zu einer verstirbten Flotte wie der U-Blick-Passage verfolgt. Koordinaten der U-Blick-Passage erhalten. Hm. Sieht nach Space Battle aus. U-Blick-Passage. Vielleicht auch kein Weltraumkampf. Obwohl, irgendwie sind ja das alles Weltraumkämpfer. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Anscheinend landen wir. Ratchet, die Lage wird brenzlig. Ja, du kannst nachher reden. Was können wir denn für dich tun? Hagnu, oh, den gibt es ja auch. Wie cool. Okay. Äh. Kron, deine Nachricht und bitte um Unterstützung. Okay, aber ich will nicht einfach abwarten. Wir müssen den Diener Senator in die Finger kriegen, bevor Slank noch mehr Unheil anrichtet. Ah ja. Haltet ihn, haltet ihn. Wah, wah, wah. Hier. Noch nicht genug. Tschau. Ich möchte gerne noch den Jägerwerfer upgraden. Der Vermittler, bei dem habe ich weniger Angst, dass ich es irgendwann schaffe. Hm. Geht ihr ganz anschnitte, Leute, diese Piraten? Obwohl, da sie Roboter sind, gehe ich mal so von der Clank-Story aus, wie sie erschaffen wurden. Und dann ist die ganze Sache wieder ein bisschen fraglicher, ob sie einen Muttertag brauchen. Ja. Hier. Der Vermittler ist einfach zu gut. Äh. Schauen wir uns da rein. Ja, ja. Puh. Abgeprallt. Hm. Haben wir schon gemacht, als ich gedacht habe. Nur die ersten paar Schüsse hingeschaut. Hm. Vielleicht kann man diese Brücke irgendwie herablassen. So? Gibt's schon irgendwo... Aha. Oh Gott. Du hast vergessen, dass wir hier auf einem Piratenplaneten sind. Hm. Du siehst aus wie ein Pirat. Aber kannst du auch den Jake tanzen? Was wirst du mir dann sagen? Das wirst du mir dann sagen. Nach oben! Nach oben! Nach oben! Zu deiner Echtplatz! Zu deiner Echtplatz! Zu deiner Echtplatz! Gehen wir die Hüften! Nach oben! Gehen wir die Hüften! Anscheinend kann ich den Jake tanzen. Der Geschütztrum kam nicht weit. Hm. Okay, sie hat mir nicht gerade Gegner auf den Hals. Das ist doch schon immerhin mal etwas. Wenn man so an Pirates of the Caribbean denkt, dann passt die Musik richtig gut. Das ist so eine Piratenmusik. Ich komme, um euch im Nahkampf zu zeigen, was abgeht. Ihr miesen Piraten! Ihr habt keine Ehre, mich mit Schusswaffen zu bekämpfen, während ich stolz in den Nahkampf komme. Okay, gegen den habe ich ja auch keine Lust mehr auf den Nahkampf. Ähm. Hm. Warum macht das nur so wenig Schaden? Toll. Wo kam die Kugel jetzt her? Die Kugel war jetzt ja mal voll asozial. Oh, einer weniger. Oh. Aha. So. So. Das ist eine originale Stufe. Glückwunsch! Du hast auf den Blitzzerstörer aufgerüstet. Deine Waffe stößt jetzt bei jedem Angriff eine kleine, aber starke Schockwelle aus. Okay. Okay. Immerhin. Ähm. Ja, die Bomben mal noch. Ist da noch einer? Nee, der ist hinüber. Bomben richtet hier auch nicht mehr viel aus. Wirklich nicht. Kommt schon. Was ist das? Der Boss hier erscheint auch nicht mehr zu kommen, also ich und dich. So. Und dann einfach noch der Typ, der von oben runter wammelt. Keine Lust. Da, 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 da. So, ihr habt's noch einen Waffenladen gehabt. Gut zu wissen fürs nächste Mal. So. Vielleicht hat ihn das letzte Mal die Lava erwischt. So, der am Boden stand. Ah. Ah. Ah, der wär weg. Was? Überleben das? Oh je. Ah, kommt schon. Und jetzt auf einmal kann ich hier starten. Wir haben's. Hier. So, kommt da wieder der Boss hoch. Und scheinen nicht. Achso, hier kommen jetzt die anderen. Hm, die Messerklauen kommen eh nicht durch. Ah, aber da vielleicht der Flammenwerfer. Nö. Die Schilde sind feuerfest. Hm. Nicht so gut gegen Raketenwerfer, wie's aussieht. Hm. Nicht so gut gegen Raketenwerfer, wie's aussieht. Oh je, was mach ich gegen die ganze Armee. Was ist das? Nee, bald hab ich genug. Wir müssen weiter. Vielleicht sollten wir dem Rundgestand folgen. Hm. Alle tot. Aha. Schatzkisten. Mach ich mit dem ganzen Euter. Wappenladen. Hm. Vielleicht kann man den Vermittler noch ein bisschen aufrüsten. Wappenladen. Äh. Oder den Alphaspalter. Der war vorher aber noch nicht da, oder? Hm. Hm. Okay, was könnten wir hier noch? Größerer Bereich, größerer Bereich und schneller schießen. Alles zusammen kann ich mir nicht leisten. Aber ich kann mir einmal größeren Bereich und schneller schießen. Dann haben wir den beide auch. Äh. Willkommen. Dann haben wir noch Munition. Wollen wir das? Ja, das wollen wir doch. Ach, warte mal. Da müssen wir den. Elibots. Bosskampf. Hm. Gib mir mal die hier. Und jetzt werden wir nicht mehr beschossen. Sind sie doch schon. Tadaa. Okay. Wenn ihr so kommt. Und neue Kanonen. Sonst noch jemand? Hm. Nehmen wir mal den Flammenschwerfer. Ja. Ja. Versuche ich ja. Flammenwerfer scheint die nichts anderes zu interessieren. Oh Gott. Äh. Ja. Das wollen wir mal zwei. Versparte. Hm. Sonst noch jemand. Na, die kleinen möchte ich eigentlich nicht mitnehmen. Oh Gott. Noch mehr Alphaspalte Munition. Hm. Hm. Okay. Na, da kommen Große. Okay. Auf Wiedersehen. Hm. Nicht den Chick tanzen. Ich höre noch was. Um die Ecke? Ne. Okay. Den Chick tanzen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schadet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich. Bis dann.